Dieses Video soll euch dabei helfen, den Spielbericht direkt nach Abpfiff noch am Platz vom Handy aus auszufüllen. Es sei direkt gesagt, dass dieser Spielbericht genau die gleichen Elemente enthält wie auch am Desktop. Es ändert sich also inhaltlich nichts. Was sich ändert ist, dass die verschiedenen Kacheln einfach übereinander angeordnet sind und nicht nebeneinander. Das macht das System automatisch, wenn man an einem schmaleren Bildschirm den Spielbericht aufruft. Wir haben hier wie immer die Wettkampfdaten auf der Infokachel und haben hier auch die Angabe über die Anzahl der Ersatzspieler oder auch Anzahl der Auswechslungen. Solltet ihr also mal nicht wissen, wie viele Auswechslungen erlaubt sind, dann könnt ihr das hier einsehen. Hier ist nichts angegeben, weil es sich hier um Testdaten handelt. Neben den Spieldaten haben wir aber auch die Kachel über die Schiedsrichter hier und hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr alleine unterwegs seid, aber die Hilfe von Vereinsbetreuern in Anspruch genommen habt, diese auch zu dokumentieren. Wenn ihr die Namen wisst, könnt ihr sie eintragen. Ansonsten könnt ihr auch einfach den Hinweis Betreuergast und Betreuerheim hinzufügen. Nicht vergessen zu speichern, dann habt ihr nämlich nachher die Möglichkeit, diese neu eingetragene Informationen auch im Spielverlauf zu nutzen. Damit sind wir auch auf der Infokachel schon soweit fertig. Dann ein kurzer Hinweis nur, die Mannschaftskachel sollte hoffentlich jedem bekannt sein. Hier sind die beiden Mannschaften angegeben. Normalerweise befindet sich hier unten ein Bearbeitungsbutton, mit dem ihr die Aufstellung noch anpassen könnt, sollte es nach der Vereinsfreigabe noch Änderungen geben. Ein ganz kleiner Hinweis noch hier. Innerhalb dieser Kacheln gibt es noch das kleine T. Das steht dafür, dass hier der Manuel Mustermann der Torwart ist. Und genauso gibt es hier eine Kachel immer, die ein kleines K in der Ecke hat. Das bedeutet, dass dieser Spieler der Kapitän ist. Ich habe jetzt einmal gerade auf die Spieler draufgeklickt, dann kommt man in eine Detailansicht und wie ihr hier schon seht, wird das Bild sehr stark vergrößert. Das soll euch dabei helfen, bei der Passkontrolle schnell und einfach den Gesichtervergleich machen zu können. Also, wenn ihr das Handy dabei habt, dann könnt ihr einfach durch einen Klick auf die Profilinformationen euch das so groß darstellen lassen, dass ihr im besten Fall keine Spielerliste mehr braucht. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil des Ganzen dem Spielverlauf und diese Ansicht, wie gesagt, ich wiederhole es nur noch mal kurz, ist das gleiche wie am Desktop-Bildschirm, nur dass die einzelnen Kacheln übereinander angeordnet sind und nicht mehr nebeneinander. Man muss einmal nach ganz unten gehen, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen, durch den Klick auf den Button bearbeiten und dann kann ich loslegen. Die Kachel-Spielleitung, hier können wir jetzt auf die beiden Einträge zurückgreifen, die wir vorne auf der Infokachel hinzugefügt haben. Dann haben wir als nächstes das Ergebnis und in diesem Fall handelt es sich um ein 1 zu 3 nach 90 Minuten und zur Halbzeit stand es 1 zu 1. Ob ihr es über Plus und Minus ausfüllt oder die Zahl direkt eingebt, das ist komplett euch überlassen. Wir haben Beginn und Ende, bitte hier wirklich das wirkliche, den wirklichen Anfang und das wirkliche Ende eingeben, denn auch hier gilt, die 60-Minuten-Regel startet ab Abpfiff, also wenn ihr den Abpfiff so dokumentiert, dass er beispielsweise um 14.10 Uhr war, dann muss der Spielbericht bis 15.10 Uhr ausgefüllt sein. Die Nachspielzeit könnt ihr hier eingeben, genauso wie beim Ergebnis mit Plus und Minus oder mit der Direkteingabe. Die Kontrollen stehen in der Regel auf IO, das bedeutet in Ordnung. Sollte man einmal etwas nicht in Ordnung sein, dann bitte entsprechend anhaken und hier unten in dem Feld sonstige Bemerkungen einen entsprechenden Vermerk machen. Dann haben wir die Fahrtkosten und die Schiedsrichter Spesen, die bitte exakt so eintragen, wie ihr sie auch auf der Quittung dem Verein in Rechnung gestellt habt. Die Zuschauerzahl. Ohne die Zuschauerzahl kann man den Spielbericht nicht abschicken, das seht ihr an dem roten Sternchen oder auch an dem gelben Hinweis, solange das Feld noch leer ist. Hier gilt es nicht darum, dass ihr wirklich zählt, sondern lasst den Blick einmal über das Spielfeld schweifen und schätzt die Zuschauerzahl. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, beim Kassenwart oder bei demjenigen, der den Eintritt kassiert hat, zu fragen, wie viele Zuschauer es denn gewesen sind. Aber hier geht es vor allem darum, eine grobe Größenordnung zu haben, die jetzt nicht auf den einzelnen Zuschauer genau sein muss. Im Feld sonstige Bemerkungen habt ihr die Möglichkeit, Anmerkungen zu machen, die sonst im Spielbericht keinen Platz finden. Das können natürlich auch positive Sachen sein, wie beispielsweise die Meldung über besonders faires Verhalten. Sollte eine wirklich außergewöhnlich faire Situation vorliegen, dann könnt ihr das hier mit einem Haken und einem Kommentar dazu in diesem Feld anmerken. Dieser Haken ist relevant und wird ausgewertet am Ende einer Saison, um einen Fairplay-Award zu vergeben. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Verletzung dokumentieren wollt, dann macht das bitte genau hier. Und es geht nur darum, dass ihr einmal kurz schreibt, wer sich verletzt hat und wo er sich verletzt hat. Ihr müsst also keine eigene ärztliche Diagnose reinschreiben oder den Mannschaftsarzt fragen, was da jetzt los war. Es geht hier vor allem darum, dass eine Versicherung später prüfen kann, ob die Verletzung wirklich in diesem Spiel verursacht wurde, weil das dann eine Frage ist, welche Versicherung greift. Also demnach bitte hier einfach nur korrekt eintragen. Den Namen könnt ihr gerne noch hinzufügen, sodass die Person eindeutig identifizierbar ist und man genau weiß, wo hat sich die Person verletzt. Die nächste Kachel beschäftigt sich mit den Ein- und Auswechslungen. Durch einen Klick auf den Button Wechselheim kann ich die Wechsel der Heimmannschaft dokumentieren. Ich bekomme bei eingewechselter Spieler nur die Spieler auf der Bank zur Auswahl. Da nehme ich jetzt einfach mal den Arndt Mustermann, der für den Detlef eingewechselt wird in der Spielminute Nummer 78 und das gleiche kann ich natürlich auch einem Gast machen, der Michael Schneider für den André in der 56. Minute. Ich muss hier jetzt nicht auf Speichern klicken. Das ist quasi jetzt so, wie ich es eingetragen habe, schon übernommen. Ich sollte aber in der Zwischenzeit immer mal wieder auf Speichern drücken, damit die Daten übernommen werden und nicht durch ein Verbindungs- oder ein technisches Problem alle Daten, die ihr bereits eingegeben habt, wieder gelöscht werden. Ihr seht jetzt auch, die Wechsel sind jetzt übernommen. Ich kann die Wechsel nochmal ändern, sollte etwas nicht stimmen, aber so habe ich sie auf jeden Fall schon mal sicher im System eingetragen und kann bedenkenlos weitermachen. Ähnlich funktioniert es auch bei den Strafen für Spieler. Klicke ich hier auf Strafe für die Heimmannschaft hinzufügen, dann wähle ich natürlich im ersten Moment mal aus, welcher Spieler das Vergehen begangen hat und hier sehe ich jetzt auch alle Spieler, sowohl die in der Startaufstellung als auch die auf der Ersatzbank und hier nehme ich den Markus Mustermann, der eine gelbe Karte bekommen hat in der 43. Minute für ein Faulspiel. Der Gastverein hat auch eine gelbe Karte bekommen, hier war es der Kapitän in der 76. Minute für unsportliches Verhalten. So, hier gilt auch das Gleiche, hier gibt es keinen Speichern-Button, ich muss nicht zwingend auf Speichern klicken, ich könnte direkt weitermachen. Ich füge jetzt gerade noch eine rote Karte hinzu für Silas Schneider. Der hat nämlich in der 88. Minute eine Tätlichkeit begangen und hier gibt es dann noch das kleine Feld Bericht, welches anzuhaken ist, wenn ihr noch einen Sonderbericht verfasst, was in der Regel bei einer roten Karte ja der Fall ist und demnach mit diesem Klick auf Bericht der Staffelleiter und die anderen verantwortlichen Personen direkt eine Meldung kriegen. Achtung, da kommt noch was. Dann haben wir hier die gleiche Kachel für Strafen für Teamoffizielle, das ist ja seit kurzem auch auszufüllen gilt, wenn etwas vorgefallen ist. Solltet ihr also den Trainer zum Beispiel verwarnt haben, dann könnt ihr das hier dokumentieren. Es funktioniert genauso wie bei den Spielern. Kommen wir schon zu den Torschützen. Die Torschützen sind natürlich so einzutragen, dass es mit dem Endergebnis, was ihr oben eingegeben habt, 1 zu 1 übereinstimmt. Dafür gebe ich jetzt einen Torschützen an, hier für die Heimmannschaft, der ein normales Tor geschossen hat in der 12. Minute. Dann füge ich noch ein Tor für die Gastmannschaft hierzu und zwar hat der Milo Schneider ein Straftostor geschossen in der 14. Minute und dann habe ich das Ergebnis zur Halbzeit mit dem 1 zu 1 dargestellt. Nun möchte ich noch die weiteren Tore aus der zweiten Halbzeit dokumentieren. Dazu muss ich noch zwei Tore für die Gastmannschaft eintragen und zwar war dies ein normales Tor in der 63. Minute und ebenfalls ein normales Tor in der 89. Minute. So, ich muss hier wiederum nicht auf Speichern klicken, kann es aber zwischendurch immer wieder tun, um einer versehentlichen Löschung vorzubeugen. So, man sieht auch hier, die Einträge sind alle da, die ich gemacht habe. Strafen für Teamoffizielle hatte ich keine. Die Torschützen habe ich eingetragen. Hier ist auch keine gelbe Meldung mehr, also scheint das Ergebnis mit dem oben eingetragenen Endergebnis übereinzustimmen. Und dann kommen wir schon zur letzten Kachel. Die Vorkommnisse und hier habe ich die Möglichkeit, Ja oder Nein zu klicken. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr in der Regel immer Nein klickt. Sollte aber der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es doch mal zu Gewalthandlungen oder Diskriminierung kommt, dann seid auch bitte so ehrlich und gebt es hier an. Wenn ihr das Ja auswählt, dann müsst ihr hier noch ein paar Zusatzangaben machen. In diesem Fall gab es aber nichts, deshalb bleibt der Haken bei Nein. Dann kann man auf Speichern klicken und jetzt empfehle ich euch einfach nochmal in Ruhe drüber zu schauen, ob wirklich überall alles eingetragen ist, ob die Nachspielzeit stimmt, ob die Spesen stimmen, auch so als wie ihr sie auf der Quittung angegeben habt, ob die Zuschauerzahl stimmt und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dann sicher seid, dass ihr alles eingegeben habt, dann könnt ihr hier den Button Freigeben klicken und mit einem Klick auf OK geht der Spielbericht raus und eure Arbeit ist getan. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat und helfen kann, den Spielbericht in Zukunft schnell und effizient am Handy auszufüllen. Solltet ihr Fragen haben, dann fragt gerne, nach. Es ist manchmal etwas verwirrend, insbesondere wenn man spezielle Anforderungen hat, aber ich hoffe, dass das Video euch zumindest für die Basisarbeit eine Hilfe ist. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Solltet ihr Feedback haben, lasst es uns gerne zukommen. Ansonsten wünsche ich euch gut Pfiff und einen schönen Tag.